So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Drangborn Z Dokam Battle. Ja, ich nehme das jetzt hier am Handy auf. Ich hoffe, dass die Qualität nicht allzu schlecht ist, weil ich meine Stimme gerade noch mit meinem Mikro am PC aufnehme. Und da sieht man schon eine Benachrichtigung. Okay, so, wir machen jetzt das Broly Event. Vielleicht habe ich jetzt in der Aufnahme mehr Glück als privat, weil wenn ich jetzt hier draufgehe, ihr seht, ich habe schon alles gecleart und ich habe richtig Pech die ganze Zeit. Ich will nämlich Broly farmen, weil ich habe ihn nicht einmal und ich würde gerne mal das Broly Event selber spielen, weil der legendäre Super Saiyan Broly ein ziemlich cool ist. Okay, wir suchen jetzt hier erstmal einen passenden Freund aus. Wir nehmen den Super Saiyan 4 Goku, da der Strength Characters, also Stärke Charakteren, plus 2 Key, plus 40% Attack und Death abgibt. Ne, 100%. Okay, also ich kann kein Japanisch, aber ja. Und dann gibt er den anderen wahrscheinlich nochmal 40. Ich weiß es gerade nicht, aber ja. Wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu scheiße wird. Oh Mann. So, da haben wir den legendären Super Saiyan Broly. Also, naja, eigentlich nur den Super Saiyan Broly. Aber er sieht trotzdem legendär aus. Ich meine, er hat blaue Haare. Ist er ein Super Saiyan Blue? Man weiß es nicht. So. Ja, hier. Zack. Okay, wie geht da? Wir nehmen alles Key mit, was wir brauchen, haben. Was wir bekommen können. Da haben wir einen Dokkan Awake, da ist er ein Goku im dreifachen Super Saiyan. Ziemlich nice. Irgendwie finde ich, ja, das kann man mal machen. So, eine 2 wäre geil. Und ich bekomme natürlich keine 2. Wir brauchen Key. Wir brauchen mehr Energie. Mehr Energie. So, okay. Ja gut, da kriegen wir nochmal Key. Komm. Ja, Vegeta übertreibt. Er kann direkt eine Special performen. Ja, Trunks hat er jetzt auch nochmal aufgeholt. So, jetzt. Komm her. Super Saiyan Broly. Der hat 3 Leisten, glaube ich. 3? Verdammt Leisten. Und er sieht echt gut aus, nur noch so. Und ich so. Also, mit den Haaren. So, okay. Greifst du in dieser Runde an? Nein, tust du nicht. Ich habe übrigens Gurten drin. Weil der den Skill hat, dass er alle Agile Keys first zu Rainbow Key first macht. Und das halte ich für sehr gut. Also. So. Gibt er. Ja, das gibt nochmal mehr. Schön. Du performst jetzt hoffentlich. Ne. Oh. Dann macht es halt Gurten. Jo. Tatsächlich. Ich habe es predicted, Leute. Ich habe es predicted. Und jetzt gibt es die Drachenfaust. Okay, das ist die super Drachenfaust. Was? Wahrscheinlich gewon-hitted. Ach, schon wieder kein Broly. Ich meine gleich. Mal. Ja, wir werden das jetzt noch einmal machen. In der Hoffnung, wir kriegen Broly. Ey, das kann doch nicht so weiter gehen, oder? Oder was meint ihr? Das kann doch nicht so weiter gehen. Ey, das geht doch nicht. Dass meine Nase zu ist, geht gerade auch nicht. Was soll das denn? Ich fühle mich gerade so wie in so einem Sprachkrüppel. Ma. Lade. Ja. So ein bisschen Erfahrung, aber kein Broly. Mann, 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 Mann. Was soll das denn? Hasse ich doch nicht ein. Ja, hier. So, nochmal. Man bekommt nur auf Z-Hart Broly und du kannst es nullmal bekommen. Du kannst es einmal bekommen oder halt zweimal. Das ist, glaube ich, auch das Maximum. So, Gogeta. Dokkan Awaked. Der haut rein. Den nehmen wir mit. Soll ich fürs Nase hochziehen? Ja, ich finde das auch nicht gerade gut. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? Und irgendwie... Alter, der Pegel. Wenn ich lauter werde, das ist krass. So, 5. Definitiv. Die 5. Z18, okay. So, Goten. Ja, gut, Goten muss nicht unbedingt performen. Der ist jetzt nicht so stark. Wenn er nun SR ist, do you can awake to some SSR? Oh, shit. Oh, damn. So, ja, jetzt... Ja, Trunks bekommt auch nochmal. Ich weiß nicht, ich mag den Trunks irgendwie. Leggi-T-Trunks. Weiß aber nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil er Strength ist. Ich hab ein gutes, äh... Tag-Team. Also, äh... Grünes Team von denen. Das ist richtig krass. Weil da... Ich hab einfach so viele grüne Karten. Ey, ich hab ein ganzes Deck dafür. Und ich muss sogar nur überlegen, welche ich raus und welche ich reinmache. Dann hab ich noch ein Halb-Mono-Argel-Team. Das ist auch relativ stark. Und, äh... Dann hab ich jetzt das Strength-Team noch. Das nehm ich jetzt bei Broly. Aber ansonsten, ja... Geht das eigentlich? Klar. Ich brauch noch ein paar Strength-Karten. Vielleicht ein vierfachen Super Saiyajin Goku. Das wär jetzt Overkill in dem Team. Dann würde ich alles mit wegracken. Aber, ja gut. Ja, okay. Der one-hitted den nicht. Aber... Gugeta jetzt. Weil der ist effektiv auf alles. Der macht den jetzt Easy-Going. Ja, der haut den jetzt Easy-Going auf. Ja, genau. Oh! Nein, ich brauch keine Medaille jetzt. Ich brauch einen Broly. Habt ihr mal einen Broly gesehen? Ich brauch einen Broly. Mann! Wieso bekomm ich den keinen Broly? Früher hab ich den beim First Try bekommen. Und jetzt bekomm ich ihn gar nicht. Was soll das denn? Übrigens, wir sind in der japanischen Version. Falls ihr das noch nicht gemerkt haben solltet. Ja! Weil es gibt die Global-Version. Die ist auf Englisch. Und dann gibt's die japanische Version. Die ist viel weiter. Und ja. Da spiel ich gerade drauf. Ja, das Gute ist, die Mechanik ist immer gleich. Das heißt, scheiß drauf, was du hier für... Ob du japanisch kannst oder nicht. Wenn du die globale Version kurz spielst, dann weißt du auch hier, was... Wo ist, weil es an der gleichen Stelle ist. Die Global-Version ist nämlich gerade auch am Aufholen. So. Einmal mach ich noch. Da muss ich einen Drachenstein-Farm. Einen einzigen. Weil dann können wir weitermachen. Aber ich glaub, das machen wir dann eventuell in der nächsten Folge. Oder ich lass mir nochmal was einfallen, weil ich will auf jeden Fall mehr Folgen bringen. Das Spiel hat's einfach verdient. Und ich suchte das momentan so heftig. Es ist immer feierlich. Ich guck mir auch ganz viele verschiedene Doka-Battle-Youtuber an. Nur weil mich das einfach interessiert, wie die so die Events schaffen. Weil ich bin weit davon entfernt, zum Beispiel ein Super Saiyan 3 Angel Goku Event zu schaffen. Einfach weil der zu krass ist für mich. Deswegen hab ich ja das Tramp-Team aufgebaut. Aber leider hab ich gerade gemerkt. Ja. Da ist nix mit, äh, Dings. Da ist nix mit, äh, Angel Goku 3 Event. Ne, ne, ne. Weil's einfach nicht da war. Momentan ist nämlich das C-17, Super-17 Event. Und ich, ohne Witz, das braucht kein Mensch. C-17, Super-17 war, war ein starker Gegner. Ja, aber eigentlich total unnötig. Also vor allem so ein Event zu machen, weil, okay, ich hab ihn jetzt nicht gezogen. Und selbst wenn ich ihn ziehen würde, wäre mir das, glaub ich, relativ egal. Nehmt das nicht weiter. Doch. Lol. Wie der es gerade rumgebackt hat. Jetzt wird's kritisch hier bei meinem Aufnahmeprogramm. Der, der macht das nicht mehr synchron, glaub ich. Oh oh. Kritisch. Mann, Mann, Mann. Was ist denn los? Ich glaub, ich muss mal gerade pausieren. Machen wir so. Guten. Parfum natürlich nicht. Aber der Super Saiyan 4, wie geht er, der, der hat mich gerade enttäuscht. Ach, Mann, warum denn? Ja, gut, vielleicht macht C-18 schon den Sack zu, also, wer weiß. Was? Seit wann so schwach? Okay, ich brauch unbedingt steckere Strength-Charaktere. Okay, er hat eine Runde überlebt. Und ach, du meine Fresse, der will, der will richtig performen. Aber das lass ich nicht zu. Du hast keine Chance, Bro. Der wird einfach skripieren. Das, das steht schon fest. Ich meine, ich habe jetzt hier meine stärksten Charaktere von meinem Strength-Team. Und du haust hier jetzt eh weg. Kameramera mal 10. Und One-Hit. Komm, bitte. Bitte. Ja. Oh, geil. Oh, endlich. Oh, ja. Boah, Gott sei Dank. Ey. Das kann doch nicht sein, dass das sonst nicht klappt. Oh, Gott. Oh, geil. Endlich habe ich meinen Super Saiyan. Äh, noch nicht mal. Super Saiyan, der ist ja nur Broly. SR. Aber den kann ich zu UR machen. Und was will ich machen? Dann kann ich mir nämlich irgendwann ein Mono-Futi machen. Auch wenn der jetzt nicht der krasseste Charakter ist, aber der Plus-Key, der boostet sich selber nochmal 20% am Anfang des Zuges mit Schaden. Also, das haut rein. Wenn der UR ist, kann ich ihn wahrscheinlich auch noch weiter mit dem Dupe-System. Ziemlich gut. Äh, ja. Awakened und sowas. So, gut. Da würde ich sagen, das war es jetzt erstmal von dem Part. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mir ein bisschen zuzusehen beim Broly-Event-Spielen und bei der Scheiße, die ich gelabert habe. Ja, da würde ich sagen, das war es. Bis zum nächsten Part. Ich glaube, es wird auf jeden Fall einen geben. Bis dann und ciao. Euer V-Alexa.